Pass mal auf, so geht das nicht. Egal was passiert ist, es ist nicht in Ordnung, dem anderen ernsthaft weh zu tun. Und das gilt für euch beide. Lena, bist du einverstanden damit, dass Max in deinem Zimmer ist? Was? Was soll denn die blöde Frage? Natürlich nicht! Der soll sich verpissen. Ich kann mir was Besseres vorstellen, als hier den Babysitter zu spielen. Max, gibt es irgendwas Bestimmtes, das du hier in Lenas Zimmer suchst? Ich will auch mit Lukas spielen. Die beiden hocken immer im Zimmer rum und ich muss alleine spielen. Das ist nicht fair. Komm mal mit, darüber müssen wir reden, aber nicht in Lenas Zimmer. Hör mal zu Max, du darfst nicht einfach in Lenas Zimmer platzen. Das geht nicht. Hallo, guckst du mich mal an bitte? Lukas ist Lenas Freund, mit dem möchte sie alleine sein und das weißt du auch. Kannst du mir mal bitte erklären, warum du trotzdem immer wieder in Lenas Zimmer platzt? Nie lässt mich leider mitspielen, wenn Lukas da ist. Ja, aber Lukas ist Lenas Freund. Du findest es blöd, wenn du alleine in deinem Zimmer hockst und keinen Freund da hast, oder? Das kann ich schon verstehen, Max. Aber wenn Lukas da ist, möchte Lena nun mal mit ihm alleine sein. Und dann musst du sie auch in Ruhe lassen. Was kannst du denn machen, wenn Lena keine Zeit für dich hat? Vielleicht kannst du dich auch verabreden mit Yannick oder Noah, die wohnen doch gleich nebenan. Oder du beschäftigst dich mit deinem eigenen Spielzeug in deinem Zimmer. Das ist voll von Spielzeugen, mit denen man gut allein was bauen kann. Oder du kommst zu mir, wenn du gar nicht weißt, was du machen sollst und dann überlegen wir zusammen, was du machen kannst. So, weißt du was? Wenn du mir jetzt beim Kochen hilfst, bin ich schneller fertig und dann können wir vor dem Abendessen noch was zusammenspielen. Was hältst du davon? Okay, dann spielen wir gleich noch Star Wars. Okay. Ego, keine Action mehr heute, bitte. Wie wäre es mit einer Patzenkarte? Holst du schon mal zwei Töpfe aus dem Schrank? Einen großen für die Nudeln und einen kleineren für die Nudeln? Genau.